Studiempioniere an der Hochschule Bochum Wie alle anderen Studienanfängerinnen und Anfänger haben so manche Studiempioniere Fragen und fühlen sich überfordert. Sie haben viele Fragen zum Studium. Das Social Media Team der Hochschule Bochum will hier nachhaltig Abhilfe schaffen und die neuen Medien aktiv dafür nutzen, um Studiempionieren gezielt zu helfen. Dies wollen wir erreichen, indem wir Studiempioniere vernetzen und aufklären und ihnen erfahrene Peers zur Seite stellen. Wir schaffen Facebook-Gruppen, starten Blogs und filmen Video-Online-Tutorials. Dies bedeutet für die Studiempioniere und die, die es werden wollen, dass sie auf einen Pool von Erfahrungen zurückgreifen können. Sie sind stets vernetzt und können ihre Fragen überall und zu jeder Zeit stellen. Das Ziel ist es, diesen Wissens- sowie Erfahrungspool kontinuierlich wachsen zu lassen und Mut zu machen, sodass auch neue Generationen von Studiempionieren davon profitieren können. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020